Neue Liebe, Sofia Tomala und Tennis-Star Alexander Zverev angeblich ein Paar. In diesem Sommer trennte sich Sofia Tomala von Fußballer Loris Karius, nun soll sie erneut mit einem Sportler anbandeln, wie die Bild berichtet, sind die Schauspielerin und Tennis-Ass Alexander Zverev ein Paar. Aus der langjährigen Freundschaft wurde demnach vor rund sechs Wochen mehr. Kennengelernt haben sich die beiden angeblich über einen gemeinsamen Freund. Liebesgerüchte um Zverev und Tomala Weiter heißt es, die 32-Jährige besuchte Zverev erst kurz vor dem Start der US Masters in Indian Wells am Donnerstag in Florida, dabei gelten aktuell noch strenge Einreisebeschränkungen für Europäer, die in die USA fliegen möchten. Am Dienstag sei Tomala zurückgekehrt und habe in Berlin mit Freunden in ihren Geburtstag hinein gefeiert. Zverev war am 18. September bei Schlag den Star gegen Handballer Silvio Heinevetter angetreten, die Are You The One? Moderatorin war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in Köln. Schon damals wurde bekannt, dass sie gemeinsam mit Heinevetter frühstückte, der wiederum frisch von ihrer Mutter Simone getrennt ist. Mutmaßlich traf sie sich auch mit Zverev, zumindest liegt diese Vermutung jetzt sehr nahe. Alexander Zverev reagiert auf Liebesgerüchte mit Sophia Tomala. Der Tennis-Star war bis Sommer 2020 mit GNTM-Model-Brander Paddy liiert, die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Tomala auf der anderen Seite trennte sich 2021 von Karius, nachdem Fremdhurtel-Fotos von ihm die Runde machten. Zverev wurde am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz vor dem Turnier in Indian Wells bereits auf seine mutmaßlich neue Beziehung mit Tomala angesprochen. Eine Bestätigung der Gerüchte blieb zwar aus, jedoch gab er zu verstehen, sie ist ganz nett und lächelte dabei vielsagend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017